Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Stronghold Crusader HD. Ich habe mir jetzt mal gedacht, ich lasse die Standartbegrüßung aus und auch das Intro raus und fange einfach mal mitten im Spiel an, denn ich möchte mehrere Stronghold Sachen machen. Das heißt, die anderen zwei sind pausiert. Obwohl ich sagen muss, Far Cry 6 geht schon noch weiter, aber ich werde es nicht mehr in Video schneiden, sondern werde nur noch Livestreams machen. Denn ich bin jetzt gerade im Moment so ein bisschen verrückter Stronghold und möchte gerne aus Stronghold spielen. Ähm, Stronghold 2 kommt natürlich auch noch, aber, äh, ich habe mir gedacht, zu Anfang von dieser ganzen Stronghold Sache fange ich jetzt mit Stronghold Crusader an, werde dann aber auch Stronghold 2 die Mission spielen. Ähm, Stronghold Warlords, da sind jetzt, äh, da sind jetzt auch, äh, Kreuzzugs-Märsche dabei. Die möchte ich auch ein paar mit euch spielen und, ja, genau, das war es eigentlich soweit. Würde ich mal sagen, wir gehen rein. 22, der blutrote Schnabel. 1686 nach Christi. Gehen wir mal rein. Ich habe außerdem immer noch den, so, ich habe außerdem auch noch den inoffiziellen Crusader Patch wieder drauf. Und habe da die Einstellungen geändert. Die Leute sind jetzt sehr aggressiv. Und ich hoffe, wir schaffen es. Fangen wir mal an. Die Mission haben wir doch schon mal gespielt, oder? Okay, jetzt fahre ich viel zu langsam. Muss man nochmal neu starten. So, naja, gut. Dann ist es halt so. Äh, ich würde hier ein paar, hier, Brot. Brot, Brot. Jetzt haben wir nicht mehr Platz, viel mehr Brot. Okay. Äh, dann noch ein paar Jägerstinnchen. So, haben wir hier jetzt eigentlich, ne, wir haben noch kein Korn speichert. Tun wir hier hin. Eine Miele. Brauchen wir hier hinten noch ein paar Baumfäller. Ich glaube, zwei Stück reichen so weit mal. Genau, dann können wir hier gleich noch die. Das ist natürlich ziemlich, äh, okay. Gucken wir mal, dass wir hier die Viecher hier wegkriegen. Verschwerte Bedingungen. Auf jeden Fall, verschwerte Bedingungen. Okay, das bedeutet aber jetzt trotzdem, dass ich hier ein Haus bauen kann. Und natürlich den, den mag ich nicht vergessen. So, ja. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Land. Es werden Rekruten benötigt sein. So, eine Nachricht vom Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Burg. Nee, greift doch jetzt nicht an. Das finde ich so ein bisschen nervig da. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Brunndinger. Das Ding ist halt, wir haben kein Stein, wir haben kein Eisen, wir haben gar nicht. Wir müssen hier mit minimalen Geschehen, wenn ich irgendwie sehe ich können. Dass die so weit hier reinrücken, das gefällt mir mal gar nicht. Eine Nachricht vom Kalifen. Seht euch vor, Ritter. Seht euch vor. Ich sehe hier nicht vor. Ich sehe hier nicht nach. Ähm, ich werde hier jetzt mal ein paar... Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. ...döne Dengel hier hinbauen. Das Volk huldigt euch, Seid. Das Volk huldigt euch, Seid. Das Volk huldigt euch, Seid. Da, 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 da. So, dann kriege ich hier schon mal ein bisschen mehr Raum. So, dann mach ich hier mal ein paar Weiterbogenschütze hin. Nein. Okay, wir müssen neu starten. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schwierig ist, aber okay. So, als erstes mal das hier, dann... So, dann brauchen wir hier bitte einmal BAM BAM. Dann brauchen wir hier natürlich den da. Wir müssen das hier ein bisschen abweitern. Wir müssen hier den und den bauen. Wir müssen hier unbedingt eine... Die Löwen greifen an, Herr... ...die Verreichend basteln. Und eine... Genau, so. Okay, dann brauchen wir hier ganz dringend jetzt mal... ...den Raumbusch schützen. Wir müssen hier ein bisschen was. Achtung! Es werden Waffen behürtigt, Seid! Waffen geschultert! Schutzt mal Autokleid dann auf. So. Und beinahe ich jetzt noch zwei Tafeln. Dann brauchen wir ein Brot herzustellen. Noch eine Hülle. Einfach noch ein bisschen... So. Die Brotdinger müssen jetzt anlaufen. Das ist das, das ist das, das ist das. Ähm... Genau, dann kann man eigentlich schon starten mit der Verteidigung. Nämlich will ich hier gerne zwei, drei Tafeln bauen. Das sagt, das reicht. Das sagt, das reicht. Und da jetzt leiten nach oben. Ich weiß es nicht. Wir benötigen Holz. Gut, das Holz kommt ja. Das Holz kommt ja. Das Holz kommt ja. Eine Nachricht vom Kalifen. Bereitet euch zum Sterben vor, Ungläubiger! Nee, lieber mal nicht. Nein, 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 nein. Ihr habt keinen Kornspeicher. Ich hab keinen Kornspeicher. Ich hab den Kornspeicher vergessen. Sag mal. Okay, aber lange durchgehalten ohne Kornspeicher. Okay. Die Leute verlassen die Burg. Ja, jetzt chill doch mal. Muss man auf jeden Fall das Restlichtgoldmasch und rausgeben. Dafür. Er sagt, das gibt's doch jetzt wohl nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, moin. Ich So, was sag. Ich wurde hier hinten geschossen. Sag mal. Vielleicht müssen wir die aber nicht getrückt haben. Und ich krieg keine Leute mehr. Keine Leute mehr. Es gibt es nicht. Es gibt es eines noch nicht. Könnte mir jetzt nicht erzählen. Ach stimmt. Das kann der Mitte jetzt nicht wirklich umstaunt ist. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Zur Stelle. Eine Nachricht vom Kalifen. Na, ihr strapaziert meine Geduld. Ich werde euch zermalmen. Nein, bitte nicht. So, noch nicht. Da ist der Tolle. Ich muss hier euch finden. Das Ding hier aufbauen. Was? Was? Es werden Rekruten benötigt sein. Maulai. Es werden Rekruten benötigt sein. Amrokaya Maulai. Amrak. Das habe ich scheiße gebaut. Jetzt habe ich scheiße gebaut. Jetzt habe ich scheiße gebaut. Ähm. Ja. Schön. Ähm. Gut. Vergiss mal das. Machen wir hier auch eine Käseproduktion. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Gnaden. Finde ich auch schön. Ich kann hier so überhaupt nichts bauen. Hier so. Einfach komplett. Blaurig. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Sire. Was ist das hier jetzt? Irgendwie. Spiel mit den Sachen hier. Irgendwie aufwegen. Wir benötigen Gold. Haben wir doch. Wo ist man die Platzfälle eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe für uns an einem Halbzeuge stehen. Du hast keine Ahnung wo da ist. Aha. 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 Sehr schön. Sehr schön. Wir benötigen Gold. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Unsere Schatzkammer leert sich. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Also irgendwas sagt mir, das wäre erst gelogen. Aber okay. Ich bin mir dankbar dafür. Wo leist du hin? Da unten hat es doch noch Bäume. Da oben hat es Eisen. Aber ich kann das Eisen nicht verteidigen. Kann ich zu vergessen. Ja, man sieht die KI ist stärker. Als davor. Aber okay. Genau das macht ja hier. Der Spaßverbrauch. So. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Gnaden. Das hier. Gedeutet. Bedeutet. Wie lange ich keinen Waldversatz zu kriegen. Kann ich auch heute eher weniger was machen. Wie nah kann ich das dann hier an die Klippen bauen. So. Los gucken. Der nicht gleich weggeschossen wird. Bis ich wenigstens wieder Holz kriege. Okay. Aber er baut hier auch kein Eisen und kein Stein mehr ab. Der ist kaputt. Ähhhhhh. Der hat sich zugebaut. Der hat sich aber komplett zugebaut. Gründe ist es gerade so ruhig. Solange das nicht behebt. Solange das Torhaus zu ist. Kann da auch keiner durch. Ergo er hat bloß nur das hier. Und keine Grünflächen mehr. Kein gar nichts mehr. Find ich witzig. Find ich witzig. Ergo. Vielleicht könnte ich doch hier versuchen. Nach einer Zeit. Jetzt da oben. Meine Eisnirmini hin zu platzieren. Das macht nichts. Das reicht für mein Vorhaben. Wir benötigen Holz. Genau. So. Einmal das hier. Das hier ist normal. Ich geh mal hier hoch. Auf. 700. Auf 800. Auf 2000. Wohl 1300 geht's auch. Weil ab 1100 wird's sowieso nicht wirklich schneller. Aber es sieht ziemlich gut aus. Jetzt haben wir hier ein bisschen Eisen. Find ich ja sehr nett. Das ich hier ein bisschen Eisen habe. Kann ich noch nicht verkaufen. Sehr schön. Aber. Eigentlich könnte ich hier. 115. 5. 5. 160. Ist das billiger. Brot direkt kaufen ist halt noch billiger. Aber wir wollen hier nachhaltig sein. Deswegen. Darf ich jetzt erstmal 10. Kann ich nämlich Stück für Stück Brotproduktion machen. Ähm. Außerdem will ich hier nochmal einmal das. Einmal das. Wollte ich hier dann ausbilden. Mit der Rest. Genau. Dann dürfen die da. Dann noch. Die da. Dann noch. Dann noch. Ergo. Wir haben jetzt auch genug Stein. Um hier noch das hier zu machen. Ich hab gedacht die können von hier schon schließen. Okay. Dann halt nicht. So. Ergo. Ich mach mal noch mal ein bisschen lauter. Äh. Nicht lauter. Sondern schneller. Warten wir wieder bei uns. Weil das ein bisschen Eisen da ist. Und ab und zu mal noch ein bisschen verkaufen hier. Aber. Hier gibt es keinen einzigen Weg. Irgendwie. Sich hier hoch zu bauen. Eure Beliebtheit sinkt. Schönen wir so sinkt hier meine Beliebtheit. Dann baue ich hier einmal eine Mühle da hinten hin. Und hier mal schon. 1. 2. 3. 4. 5. Genau. Dann würde ich hier gerne einmal den da. Und einmal den da. Einfach nur um Ampelstädte produzieren. So. Wir müssen die Bevölkerung nämlich ein bisschen weiter hoch tun. Dann haben wir jetzt die Steine hier auch. 37 haben wir jetzt. Zum tun. Super. 35. Okay. Mach mal. So. Und dann hier mal. So. Mach mal hier mal zu. Mach mal hier zusammen. Mach mal hier. Mach mal hier. Und dann würde ich hier gerne eine Zeitlichte drauf. Und dann bauen wir den Stecker wieder an. So. Mal zwei Stück uns nehmen. Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemattet. Dann sind wir da drauf. Finde ich gut. Finde ich gut, dass das funktioniert. Der Kornspeicher ist voll. Finde ich auch schon. In der Hoffnung, dass wir hier schieben können. Nein, können sie nicht. Also weit schieben. Wir müssen uns hier wirklich alles erkaufen. So. Dann mach mal daneben dran. Geht das irgendwie? Ach. Hier. Mach mal so eins. Und bauen dort drücken. Ist eine Balliste besser? Frag ich mich jetzt. Brauchen wir mal eine Balliste. Super? Okay. Vielleicht hab ich hier. Wieder Steine. Da. 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 Na gut. Ich verbaum ihn hier jetzt aber auch ziemlich. Das ist hier dann kein Problem, der größte Herrschutz zu sein. Das verteilt jetzt nicht mehr so ein Problem. Eine Kathedrale. Wäre schön. Gut. Der kann sich auch nicht mehr aufbauen. Das ist vorbei. Wie weit in der Liebe schließen. Ein richtig schöner Bombenhagel. Irgendwas sagt mir, ich werde das nicht schließen. Also, wir wollen hier eine Kathedrale bauen. Ich werde hier jetzt auch mal ziehen. Jetzt können wir so schnell eine Kathedrale da hinzusetzen. Und eine karl- und karl- und karl- und karl- dahinzusetzen. So, finde ich schön, dass das Vorratslager voll ist. Erweitern müssen, dass die Sache hier auch weiter geht. Jetzt will ich aber trotzdem mal eine Kathedrale anwenden. Es würde wohl nicht so schwer sein, wenn irgendwo eine Kathedrale hinzusetzen. Hier, da. So kann man nicht hier ausbilden und vielleicht mal von der Kleine hier irgendwo hin, ne auch hier hoch, ok, ich weiß manchmal echt nicht was hier, Alter, die benutze ich, dann fangen wir die hier hin. Bewegt eure Armeen außer Reichweiter meine Vorfälle, und zwar sofort. Ich hoffe, wie heißt das ganze Gehaltsverkaufung, finde ich auch gut. Den dann, so, ähm, dann würde ich mal sagen, ich kaufe den nochmal dafür. Steckt der Rest dann hier in den Meichelmeiterraum, 27, könnte reichen. Okay, das war jetzt ne schnelle Wille, ne ziemlich schnelle. Äh, finde ich aber gut, finde ich gut. Das nächste wird dann Ratte, 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 Ratte gegen mich. Ok, das erwartet uns also das nächste Mal. Bis dahin sag ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.